Viertel vor zwölf schon. Zeit fürs Bett auf jeden Fall. Wir haben ja nicht alles geklärt, oder? Also Startnummer ist am T-Shirt. Die Sachen sind alle rausgelegt, Test getragen und Frühstücks geplant. Badzeiten disponiert. Ganz wichtig, wenn ganz viele Menschen gleichzeitig ins Bad machen müssen. Und ja, ich glaub, das war's, oder? Du bist auch nicht so aufgeregt? Ne, es hält sich noch in Grenzen. Es kommt wahrscheinlich morgen so kurz vorher, der Hammer, aber im Moment geht's noch. Ich hoffe, ich kann jetzt gut schlafen. Es ist ja nicht mehr so lang. Und ja. Gut, dann würde ich sagen, gehst du ins Bett und ich schneid die Filme noch fertig anstelle... Genau, du brauchst nicht so lange. Und komm dann direkt zum Frühstück. Alles klar, okay. Dann schlafen wir, ne? Ja, ebenfalls Nacht. Alles klar, tschüss.